Musik Ja, riesig, macht Spaß jedes Jahr, ist ein Suchtpotenzial, man muss einfach zur Buchmesse kommen. Liebe Menschen, Bücher, toll! Musik Eine Welt ohne Bücher wäre für mich langweilig Trostlust. Man braucht einfach Geschichten, um abzuschalten, Neues zu entdecken, auch wenn man den Ort nicht verlässt. Ein sehr trauriger Ort, an dem ich nicht leben möchte. Eine sehr leere und fantasielose Welt ohne Visionen. Eine Welt ohne Bücher wäre eine Welt mit Chaos. Musik Meine Inspiration nehme ich aus meiner Neugier aufs Leben, würde ich sagen, und meinen vielen Fragen, die ich auch über das Leben habe, und aus dem Wunsch, alles Schöne festhalten zu wollen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020